hier leute willkommen zurück bei endlich mal bei einem wo gescheit aufnimmt weil marcus der laben kann das einfach nicht bei ticket light ist sicher ich kann die probleme ja ich merke eben auch dauernd abgestürzt und hier laufe ich habe irgendwie steine überm kopf apropos ich muss mal euch zeigen was ich hier ist eine letzte folge gemacht habe ich habe hier alles schön ausgeleuchtet jetzt sie also schaffern hingestellt verkehlen leute verkehlen ja fast you und ist alles schön ausgeleuchtet was nichts mehr passieren kann und jetzt durch mal das feld noch abernten das kühlt sich nach produkte ich habe nämlich nichts mehr zu essen ja ich habe noch 56 ich weiß nicht warum ich werde ganz dick frist immer und nix nach der lassen bestimmt noch irgendwas mit keine ahnung locker noch muss deck gebrannt jetzt wohl gern trotzdem die felder abernten und wir frisch bepflanzen ja weil ich das nicht weil ich das nicht brauche ich sehe ich habe weil das nicht mache ich weiß ich soll ich was machen was ich schon habe jetzt ein bisschen egoistisch ne nein ja mal dass der steine überm kopf ich weiß machen wir so viele eier noch im system das man doch alles nur platz weg leute doch die eier aus und werfen käfig können wir haben braucht gleich zwei hühner auf einmal das cool das haben wir drei neue hühnchen und jetzt machen wir auch das lg tv fertig in dieser aufnahme aber erst wird man den endermann endermann der hat einen anzug an das ist ein endermann ja aber kein endermann endermann oder sogar der endermann perle gefallen lassen jetzt habe ich sie mal weiter jetzt müssen wir überlegen wie weit wir haben nur den block abgebraucht es war gut auch scheiße ich auch eine erste schicht ja nachher gehen wir mal bei den lappen gucken was hier drüben treiben kann nichts recht sein deswegen machen wir unser eigenes projekt diese scheiße siehst du schon wieder was hier los ist das baut schon wieder ähnliche scheiße die ich nicht haben will du kannst du kannst aber nicht bauen wenn ich selbst die blöcke richtig aber ersetzt zu der freien empfehle ich nein siehst du doch ist immer das programm schuld nichts wenn wir schon so das programm ist schuld immer hat man erst sogar annehmen eine aufnahme hat man nicht gesehen weil da habe ich mich nicht mit dem tempel hier beschäftigt da es war ja schon zeit im ersten turm so dass jedes einmal nicht die dinge waagerecht gesetzt habe die sich irgendwie senkrecht hingestellt haben also michos hast du auch immer so mimimi ja im markus jeden tag ist er meinst du passiert wenn wir das mimimi mal wiederholen irgendwas stimmt hier nicht keine ahnung wollen wir ausprobieren bleibt drüben wo ihr seid und gibt ruhe das war effekt mit t t t t t am a4 bleibt ihr schön drüber eurem tempel morx den zusammen irgendwie und nicht im chat schreibe ich ihr wisst schon dass ich den server protokollen sehe glaube ich welchen chat in game chat wissen wir jetzt bin warum ist die foto eigentlich aus dem zombie das findliche mit einem nano sind wir verlesen da unten hast du zum wie genug tötet die mussten wir hüben bei mir bin ich troll ich habe mal was sein ich habe ihn kommen sehen sein hier müssen aber jetzt hier zwei lab macht endlich was gibt produktives und ärgert mich nicht das ist jetzt nicht mal gar nicht so verkehrt aus eigentlich doch das ist irgendwie unsymmetrisch aus habe ich das gefühl ich habe einen hund sind unsymmetrisch aussieht ein bisschen dünner ist das andere zeug wo bist du wo ist der hund wirst du mein hund was tue ich dir was da toll wird markus töte ihn erlöse ich gleich erlöse ihm in seinem leiden ich muss das treibt noch durchs feld gelaufen gangster 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 einfach du bist so ein lappen dass ich mal die garten fertig gemacht was habe ich im garten jetzt schon wieder zu tun ich soll das lg tv du laberst wieder du hast gesagt du machst den garten aus grünen gras ja er hat nur gras hingepflanzt und nicht aus hellbraun sand gras das handelte ich eigentlich so gelassen da will ich mein teichchen bauen wieder du brauchst da kein teichchen warum darf ich da kein teichchen bauen darum ist die sage mein hund die hat sich mir hinterher teleportiert braver und gehen weiter müssen arbeiten und schimpft der futur wieder warum steht dann sehr ganz oft garten eigentlich voll mit wackeln weil ich scheiße aus gar nichts scheiße also vorhin saß besser aus wenn ich aber er ist durcheinander aber ehrlich da hat man zumindest nicht gesehen dass jemand mit absicht da überall wackeln hingestellt hat jetzt ist akkurat ausgeleuchtet das ja nichts mehr passieren kann wegen euch lappen muss man es ja machen wer springt immer die creeper in die luft mal alles andere michael hat die gestein ich habe auch video genau ich habe mal das video oh er hat auch video wie man es einmal in creeper in die luft gejagd hat juhu lg tv ist ja jetzt muss ich es nur noch aber ernten er muss das lg tv aber ernten ja die die blöcke drumherum aus ja mal mein hund hier hoch müssen wir zwei da gibt mir ein sex wenn ich jetzt richtige höhe oder wenn ich jetzt richtige höhe ich glaube ich richtige höhe jetzt ich kann meinen traffic land ohne dass die mv schalten wir überhaupt ein energie verliert gibt mir drogen ja ich sag doch hier packt alles nein die verliert einfach nicht weil sie so schnell wird nachgeladen wird ja das würde ich jetzt auch sagen ja markus hat noch mal ein bisschen was nein nicht meine schöne säge die gewicht hier nicht so schön arm also ich werfe mir arme um mich da man kann die genug aber haben wir wollen haben noch ein bisschen selbst im bloggen gesetzt geweckt da geweckt da also ich war hier der hund bildlich wahrscheinlich wird nur ich box doch jetzt also ja erst nötig an die mv ist gleich leer wer kommt natürlich hin dass die mv ist gleich leid sie ihn ruhig rechte ihn ruhig brauchen bis runter gefallen und bist du bescheuert also ich war es nicht und da brava und ender perl das brauche auch nicht hundes bescheuert er hilft einfach von der bürger und das sind das kloster und das um eigentlich kloster kommt ja auch vom besitzer den habe ich unter futur geholt also der stadt das war der auto beim bauern zugeguckt der ist wahrscheinlich auch an da und runter gefallen zwar kein deutscher schiff und so jetzt gucken wir mal wie weit unsere kommen jetzt weg da alter unglaublich ich war jetzt weiter ich war da ich bin gleich tot 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 echt jetzt ich glaube nicht dass du gleich tot bist ich bin wirklich gleich tot echt scheiße also melden obsidian probleme haben wir auch keine mehr komfort hat ob sie angefangen nein unsere kurve vom kreis kann ja das sind dann tausende lavasee da unten was kannst du eigentlich gehen wir weg da du stehst auf einem block der nicht setzen will unglaublich vor allem kann ich die von der stelle schlagen wenn ich die schlagstürig schauen aber was der stelle stehen ja ich bin halt einfach gespielt also klappt jetzt noch so 78 levels hat jetzt 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 darf ich wieder oder was du hast jetzt um grundsatz gebaut also da müssen wir uns jetzt den nächsten turm hier war gleich mal also in der nächsten stunde wird fertig sein die kurze jetzt mal die nächste daneben das wenn sollen wir hier drei türme machen also deine bitte noch also die leute ich zeige euch jetzt mal was die lappen eigentlich treiben so vielleicht ist die volle weiß die bücher sind sich seit stunden hier dran und haben nur zwei dumme türmer hingestellt so lappige dinge also hey das sind drei türme und zwei mord und wenn es sein kann du würdest du würdest du würdest nicht einmal jetzt mal deinen scheiß garten ja es explodiert die 8 als die txt er hat mich nicht gesehen also das musste ich ausnutzen mit zettel aber Futter wird sich sieht er aber wenn du musst aufpassen wo du hinfliegst lauern überall gefahren jetzt kann das leuchten und da liegt noch das auch nur und er dort nicht es ist eine katze die reise haben dann liegen doch das war selber ein schnittes weg die ich nehme sie weg ja das war eine gute Entschuldigung ich gebe ihm alles ein anderes selber wieder ich mit deinem schweren kampf ihn besiegen ach so wo ist denn der Futter jetzt geh weg da ich muss bauen hier Futter fang es hol das stückchen bist du jetzt eigentlich so untergeschwungen oder warum kann ich jetzt da oben kein Ding drauf ach so ich weiß warum ich da kein Ding draufsetzen kann die falschen muss ja noch einmal durchs Inventar werfen es sieht uns zu drückt und weiß nicht was zu sagen so was aber geil ist ja es ist zu geil schau dir mal den Tower an ist schon mal der Tower ich wusste ihn diesmal auswendig wie ich ihn bauen muss geil oder alles um wollen wir hier drei Tüme bauen so der Hälfte wollen noch einen vierter auf jeden er muss noch ein vierter hin und in die Mitte grüßt eine Art Pyramide ja 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 ich meine ja ja auch hier hier für mal also da ist da halt Pyramiden und Ding und dann da noch ein Turm und da den tor klar bla bla dollar also da hinten drei Türen ja was allgelaus dabei zwei arbeit alter ja meine ist ja so ist aber zu er sollte er so ist ok da man könnte was arbeiten wenigstens mal aber das alte schau ich mir dich an ey du hast gar nichts geschafft in der seit jahr ist fertig gemacht ich weiß nicht was du da eigentlich von mir will ist aber in gas und seinen weißt du wenn du zu seiner gestern sagt ich hätte jetzt gern einen schönen garten der gibt ihr sowas was machst du mit dem designer ich hätte kann man es auch mit kompetenten mitarbeitern machen gegenwohin im zeit brauche kompetente mitarbeiter youtube aus dem ersten mal geld verdienen richtigen ich weiß nicht wieder neue sägen kraften markus unsere sägen sind alle schrott ihr seid schreuz das ist problem doch jetzt noch nicht ihre ansäge da ist die erste turm die mache ich jetzt auch schrott die sind immer viel viel lang ist der turm die sekt war noch einiges aber die mache ich schrott muss halt weg zu mir schrott ist 45 muss ich eine neue sorg kraften was war es dick eisen und das material wo du haben willst und ich brauche eine diamant weil wir haben inzwischen wieder 25 27 diamanten ja verballer sie wieder mehr brauchen sie ja später nicht für irgendwas vielleicht ja wir haben doch jetzt hier jungen mit hause hände ja dann nimm doch den rubin wir haben auch rubin ohne ende ja aber das ist äh mit so einer diamantsäge kann ich ungefähr tausend blöcke sägen mit seiner rubin den 100 ja und vielleicht 200 dann mach halt mehr rubin naja ok es wären 500 aber trotzdem die diamant ist viel besser ok wir sind schwätzer hier schau mal ich habe für allein für die maja tempi schon fünf rubin sägen verbraucht ja und was ist das problem ist in zwei rubine nein fünf rubin sägen das muss eine rubine weiß nicht was du da baust das ist der erste turm ach so darum habe ich ja hingebaut die markierung ja warum hier ein turm ist doch nicht die mitte oder doch weil dann ist weil da das tor ist ach so ja wir gehen ja hier gar nicht dauer die türen der mitte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ja die sind ja bitte in der mitte bitte wer macht macht mal in die mitte ich habe keine dinger mehr 1 immer dinger 2 die berlin er gibt mir ich bin länger und den neuen ja leute das war es auch schon für die erste aufnahme glaube ich habe es gerade pünktlich geschafft ja dinger und wir sehen uns gleich wieder beim nächsten folge von mir mit ein paar mehr dingern bis gleich tschüss